Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit diesem Antrag wollen wir den Senat auffordern, mit den gegenwärtigen Anteilseignern der GASAG mit Vattenfall, mit E.ON und GDF-Sues Gespräche aufzunehmen, mit dem Ziel, Mehrheitsanteile an der GASAG zu erwerben. Das unternehmerische Einfluss auf das GASgeschäft in Berlin wirtschaftspolitisch und energiepolitisch sinnvoll ist, scheint der Senat ja mit seiner Bewerbung für das GASnetz zum Ausdruck gebracht zu haben. Denn man würde sich nicht um das GASnetz bewerben, wenn man der Meinung ist, es macht keinen wirtschaftlichen und es macht keinen energiepolitischen Sinn. Nur glaube ich, dass die Bewerbung um das GASnetz als alleiniger Schritt zu kurz gesprungen ist. Sehen wir uns die Konstellation nach dem Ausscheiden von Aleander aus dem Konzessionsverfahren an. Es gibt nur noch zwei Bewerber, das ist die GASAG und Berlin Energie, das sich um 100 Prozent des Netzes bewirbt. Und damit sind für den Ausgang dieses Konzessionsverfahrens eigentlich nur zwei Szenarien denkbar. Das erste Szenario, ich rede jetzt nicht über die Wahrscheinlichkeiten dieser Szenarien, Berlin Energie ist erfolgreich, übernimmt das GASnetz und die GASAG verfügt über kein Netzbetrieb mehr. Das bedeutet gleichzeitig, dass bei der GASAG der Cashflow, das heißt die Einnahmen aus dem Netzbetrieb weg sind. Und wer sich damit etwas näher beschäftigt hat, weiß, dass der Cashflow der GASAG zu über 50 Prozent aus dem Netzbetrieb kommt. Gleichzeitig, das war deutlich geworden in den Diskussionen der letzten Wochen und Monate, sind eigentlich alle Fraktionen in diesem Hause der Auffassung, dass das neue Geschäftsmodell der GASAG als Energiedienstleister, als Energiemanager, als Unternehmen, das auch in quartiersbezogene Energiekonzepte investiert, ein sinnvolles Konzept ist. Dazu braucht das Unternehmen aber Investitionsmittel. Wenn ich dem Unternehmen den Cashflow wegnehme, ist die GASAG nur noch eine reine Handelsorganisation, eine Hülle und wird nicht mehr in der Lage sein, diese Funktion zu erfüllen. Ich glaube, das kann politisch nicht wirklich gewünscht sein. Jedenfalls, wenn ich das ernst nehme, was aus allen Fraktionen bisher zu diesem Thema erklärt worden ist. Und auch die Überlegung, die ich von einigen aus dem Abgeordnetenhaus gehört habe, naja, wir nehmen der GASAG erst das Netz weg, dann ist ihm nichts mehr wert und dann kriegen wir ganz leicht die GASAG. Glaube ich, ist zu kurz gesprungen. Und berücksichtige ich nicht die Tatsache, dass hier nicht nur das Land Berlin und die GASAG-Player ist, sondern dass wir es hier mit drei Eigentümern zu tun haben, die alle wirtschaftliche Probleme haben, insbesondere E.ON und Wattenfall. Und die alles, also das Letzte, was die tun würden in einem solchen Fall wäre, dass die den Kaufpreis für die GASAG, für die Netzanteile im Konzern in der GASAG lassen, sondern die würden das natürlich nach Bezahlung der Kredite auscashen und an ihre Eigentümer ausschütten und die würden das weiter suchen. Das wäre das Resultat und ich sage, das kann politisch nicht gewünscht sein. Im anderen Falle, die GASAG behält das Netz zu 100 Prozent, ist auch nicht wirklich was gewonnen, weil an diesem Falle kein unternehmerischer Einfluss des Landes Berlin, kein energiepolitischer Einfluss des Landes Berlin hier gewährleistet ist, dass nach wie vor wir es mit Gesellschaftern in der GASAG zu tun haben, die eigentlich raus wollen aus der GASAG, die kein strategisches Interesse mehr an der GASAG haben, insbesondere Wattenfall und E.ON, die ja 2010 schon raus wollen. Und deshalb sage ich, wenn man will, dass das Land energiepolitischen Einfluss auf das Gasgeschäft nehmen kann, wenn man will, dass die GASAG als Energiemanager erfolgreich ist und die Investitionsmittel dafür hat, wenn man will, dass die GASAG eine stabile Gesellschaftsstruktur hat, in der das Land Berlin auch was zu sagen hat und das Land Berlin Einfluss darauf nehmen kann und wenn man auch will, dass wir nicht nur ein Stadtwerk haben ohne Kunden, sondern ein Stadtwerk mit Kunden, der muss dafür sorgen, dass der Senat in Eintritt in Verhandlungen mit den Gesellschaftern der GASAG über den Erwerb von Mehrheitsanteilen möglicherweise gemeinsam mit kommunalen Partnern. Und ich würde mir wünschen, dass wir eine ernsthafte und gründliche Diskussion über dieses Thema führen. Wir haben ja durchaus in vielen Fragen einen breiten energiepolitischen Konsens, zumindest was die Absichtserklärung angeht. Ich würde mir wünschen, dass wir ernsthaft und gründlich über diese Frage diskutieren und dass das nicht im üblichen parlamentarischen Ritual einfach mit Handheben abgestimmt wird, weil er von den falschen Leuten kommt, dieser Antrag, sondern dass man sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke. Danke.